Heute bauen wir einen richtig coolen Event-Trigger. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines, ja wirkliches Tutorial. Wir werden ein bisschen was bauen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit meine private Bank gewechselt. Und bei der neuen Bank, ich werde den Namen nicht sagen, der ein oder andere wird das vielleicht kennen, die haben eine richtig coole Geschichte, wie man im Prinzip Geld von einem so im Unterkonto zu einem anderen bewegen kann, mit einem Event-Trigger halt. Und genau den werden wir heute mal ein bisschen nachbauen. Was heißt, diesen Effekt habe ich mir nicht selbst überlegt. Dafür nehme ich keine Like-Credits, sondern ich habe es aus einer bestehenden Anwendung im Prinzip einfach als wirklich cool erfunden und wollte euch zeigen, wie man das Ganze umsetzen kann. Beziehungsweise meine Version davon, das ist nämlich ein bisschen anders, als es dort gelöst ist, weil ich das einfach noch ein bisschen witziger finde. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, wie immer unten im Videobeschreibung. Ganz oben ist ein Link zur Discord-Community. Dort könnt ihr einfach der Community joinen, mit anderen reden, Gleichgesinnten, Runde, Loilzocken oder was auch immer. Auf jeden Fall schaut mal vorbei. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So und los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Video. Wie immer findet ihr alles, was ihr hier seht, unten in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen als Live-Demo. Ansonsten, ja, was machen wir heute? Wir bauen eigentlich nichts anderes aus, als ein wirklich Glorified-Button. Das heißt, wir bauen eigentlich ausschließlich einen Event-Trigger. Was ihr damit wirklich anfangt, ist natürlich ganz euch überlassen. Das Ganze ist, wie gesagt, von N26. Also ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Ich habe mir nur einen Weg erdacht, wie ich das Ganze umsetzen könnte oder würde. Und hier habe ich jetzt drei, ja, so Bereiche. Und wenn ich mit der Maus jetzt beispielsweise in diesem gelben Bereich bin und gedrückt halte, dann habe ich hier so einen gelben Kreis. Den kann ich bewegen. Den kann ich beispielsweise hier reinziehen. Ihr seht auch, der bewegt sich hinter dem Bild, was ich relativ cool finde. Und ich kann ihn jetzt hier loslassen und es passiert gar nichts. Natürlich passiert nicht wirklich gar nichts, weil wir wollen ja einen Event-Trigger bauen. Wenn ich jetzt mal F12 angucke, sehen wir hier, wir haben Geld von 2 nach 3 geschoben. Wenn ich jetzt hier in dem dritten bin und hier bewege, kriege ich einen violetten Punkt, ziehe ich in 2 und wir haben von 3 nach 2, von 2 nach 1, von 1 nach 3. Und ihr seht schon, woher das Ganze führt. Was heißt, wir können damit so eine Art Verschiebung visualisieren. Das Ganze finde ich richtig nett gemacht. Man kann sich natürlich noch viel, viel mehr austoben. Wir haben das Ganze jetzt nur ganz rudimentär mal betrachtet. Und wir werden das jetzt heute so nachbauen. Wie gesagt, ihr könnt hier einfach mal in die Videokommentare posten. Einfach mal einen Code-Pen-Link oder sowas zu eurer Version dieses Effekts. Ihr könnt hier auch mal richtig einen raushauen. Einfach noch viel mehr Spielerei, noch irgendwelche Transform-Animationen oder irgendwas mit reinmachen. Das sieht sich ja richtig, richtig cool aus. Schreibt das doch einfach mal in die Videokommentare. Ansonsten legen wir jetzt los. So, und das geht es mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie immer findet ihr hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Diese ist unten in der Videobeschreibung als Video verlinkt, falls ihr da mehr Informationen zu haben wollt. Prinzipiell schließe ich das hier an der Seite, weil das brauchen wir gar nicht. Wir haben heute unsere Index-HTML. Wir haben unsere Main-SAS und wir haben eine Main-JS-Datei. Das heißt, wir arbeiten mit JavaScript, SAS und HTML. Das erste, was wir machen, ist, wir müssen für unseren Effekt erstmal ein bisschen HTML-Code schreiben. Und das Ganze ist relativ simpel. Und zwar brauchen wir als erstes einen Div-Container. Dieser bekommt die Klasse Box-Wrapper. Und dann ist natürlich in unserem Div-Container etwas drin. Und zwar unsere Box, die wir später animieren wollen. Und zwar hat die einmal unsere Div.Box und natürlich Div.Box-1. Das Ganze machen wir auch als Div-Container. Das heißt, ihr seht jetzt hier schon, das funktioniert. Dann wollen wir auch später für unsere Konsolen-Log oder halt für eure Funktion, die ihr da mit dem Event-Trigger startet, Daten übergeben. Das machen wir ganz einfach mit dem Data-Attribute. Das heißt, wir sagen Data, ID und dann sagen wir hier zum Beispiel 1. Und dann haben wir innerhalb unseres Div-Containers, also unseres späteren farbigen Box, haben wir hier drin ein Image. Dieses Image kopiere ich mir mal kurz, weil ich habe hier schon einen Pfad vorbereitet. Ich habe keine Lust, diesen zu schreiben. Das liegt auf CodePen, einfach auf meinem Code verlinkt. Ihr seht das hier schon, ist gerade auch aufgepoppt. Und das Nächste, was wir haben, sind zwei Werte. Nämlich einmal ein P-Tag mit der Klasse Name. Das heißt, wie heißt es? In unserem Fall sagen wir einfach mal Hauptkonto. Und das Ganze kopieren wir uns und sagen, okay, wir haben jetzt hier Name. Außerdem haben wir Value. Und Value ist zum Beispiel 2, 1, keine Ahnung, das, Komma, irgendwas und dann Euro. Das Ganze speichern wir jetzt ab und das funktioniert schon ganz gut. Allerdings müssen wir, ups, das wollte ich nicht, müssen wir das Ganze auch noch in einem Div-Container rappen. Was heißt, wir sagen hier Boxes. Und in diesen Div-Container schieben wir jetzt unser gerade schon erstellten Div-Container rein. Das brauchen wir einfach später für die Formatierung mit Flexbox. Und weil wir drei Stück haben, theoretisch könnte ich unendlich viele haben, kopiere ich mir das zweimal, ändere dann hier Box 2, ändere hier Box 3 und sage ID Nummer 3. Sage hier ID Nummer 3, sage hier Nummer 2 und sage hier Nummer 3. Was heißt, ich habe das einfach angepasst. Natürlich sollte man das jetzt auch noch irgendwie benennen. Nodes, keine Ahnung, ist ein bisschen weniger drin, sind nur 100 Euro drin. Und hier sind, keine Ahnung, sparen, da ist einfach mal mehr drin, da ist jemand richtig reich. So, das Ganze speichern wir jetzt ab. Damit haben wir unseren HTML-Code, den wir für dieses Video brauchen, mehr oder weniger fast geschrieben. Eine wichtige Sache fehlt noch. Und zwar brauchen wir hier oben drüber noch einen Div-Container. Und dieser Div-Container heißt Maus-Background. Das heißt, ihr habt ja vorhin gesehen in der Demo, wir hatten so einen runden Kreis um unsere Maus. Das wird später diese Div-Box. Die speichern wir jetzt einfach mal so ab. Das war im Prinzip alles, was wir im HTML machen müssen. Nicht sonderlich viel. Wie gesagt, theoretisch können das hier unendlich viele Container sein. Wenn ihr beispielsweise mit Angular View oder so arbeitet, könntet ihr die einfach mit einer For-Loop generieren und hättet so unendlich viele. Und das nächste, was wir machen, ist, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Ganze auch irgendwie vernünftig aussieht. Und das erste, was wir hier machen, ist, wir definieren uns mal Boxes. Das heißt, wir sagen Punkt, Boxes. Beziehungsweise, ich mache mir mal eben ein paar Zeilen hier, dass man ein bisschen besser scrollen kann. Hier oben ist wie immer mein Boilerplate. Wie gesagt, nicht wichtig für dieses Tutorial. Und jetzt sagen wir hier Boxes, Display, nicht Inline, sondern Flex. Das heißt, wir wollen unsere Boxen ja mit Flex teilen. Sagen Justify Content. Space Around. Und wir sagen hier drunter noch Flex Direction. In meinem Fall sage ich jetzt Column, damit die später hier alle untereinander zu sehen sind. Außerdem wollen wir jetzt hier drin, haben wir hier unsere Box-Wrapper-Klasse. Diese bekommt ebenfalls ein Display Flex. Außerdem bekommt die ebenfalls Flex Direction Column, weil wir wollen später, dass alles untereinander steht. Außerdem bekommt die Justify Content Space Around. Außerdem sagen wir hier Margin 2 Rem. Und das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Ihr seht aber, es sieht noch nicht wirklich gut aus. Das hat den Grund, weil wir hier drin ja unsere Box haben. Unsere Box bekommt jetzt als erstes mal eine Weite. In unserem Fall sage ich einfach mal 10 Rem. Eine Höhe, 10 Rem. Könnt ihr natürlich wehen, wie ihr wollt. Hier unten sage ich außerdem Border minus Radius. Das heißt, ich möchte, dass das abgeschnittene Radius ein Rem. Was heißt, ich möchte, dass das runde Ecken bekommt. Und außerdem sage ich, brauchen wir euch nicht, ändere ich eh nicht, sage ich hier Position Relative. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und ihr seht schon, hier sind jetzt ganz leicht, sieht man hier in schwarz, wahrscheinlich ihr weniger guter als ich, sind hier schon die Titel drin, die wir vergeben haben. Allerdings fehlt uns hier unser Image, was wir da drin haben. Was heißt, wir sagen jetzt hier unser Image with 100%. Speichern das Ganze ab und haben jetzt hier wunderbar unsere Images vergeben. Und das Nächste, was wir hier gemacht haben, ist hier in HTML haben wir jedem unserer Boxen eine Custom-Klasse gegeben. Also hier Box 2 beispielsweise. Und das hat den Grund, dass wir mit Box 1, 2 und 3 das im Prinzip unseren Hintergrund stylen können. Was heißt, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt Box 1, 2 und 3. Ups, so. Und muss hier noch so ein kleines Unvorhängen, damit wir das verketten. Was heißt, wenn ein Div-Container die Klasse Box besitzt und die Klasse Box 1, soll der Hintergrund blau werden. Hier soll er gelb werden, hier soll er rot werden. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier unsere drei Boxen. Sieht wunderbar aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind hier die P-Tags, die da drin liegen. Müssen wir natürlich auch noch irgendwie formatieren. Die, diese liegen in unserem Box Wrapper. Was heißt, wir gehen jetzt hier oben hin, sagen P. Und da drin sagen wir jetzt erstes mal Color. In unserem Fall sage ich jetzt einfach Weiß. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen Margin 0, 0, 0, 1 Rem. Und das nächste, was wir sagen, ist, wir sagen Padding 0, 0, 0, 0. Das heißt, wir sagen Abstand in keine Richtung. Und was wir natürlich auch noch machen, wir haben hier den beiden Elementen jeweils Klassen gegeben. Was heißt, wir sagen Und, Name und Name bekommt einen anderen Margin. Was heißt, wir sagen Margin 0, 4 nach oben. Wir sagen 0 nach links, 0, 2 nach unten. Ups, Rem. Und ein Rem zur Seite. Und hier fehlt Rem. So. Außerdem sagen wir zusätzlich hier unten und Punkt, ups, und Punkt Value. Und geben hier einen anderen Color. Und unsere Color wird einfach so ein Grauton. Das speicheln wir jetzt mal ab. Zack. Und wir haben jetzt hier auch unseren Text wunderbar gestylt. Ich bin hier ein bisschen sehr dicht dran gesumt. So, 150 Prozent sollte reichen, um das zu sehen. Jetzt haben wir hier unsere Boxen gestylt. Das funktioniert schon mal ganz gut. Ihr seht aber, hier gibt es noch so schöne Effekte. Was heißt, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, sehen wir einmal das Bild. Das ist natürlich nicht sonderlich gut. Das müssen wir jetzt alles noch anpassen. Was heißt, wir haben jetzt fast alles gestylt. Ein wichtiger Punkt fehlt noch. Wer daran denkt, wir haben hier oben unsere Maus-Background-Klasse. Diese müssen wir natürlich auch noch irgendwie stylen. Das heißt, wir gehen ganz oben hin und sagen hier, okay, Punkt. Und gehen hier auf Maus-Background. Und sagen hier als erstes Width 3 Rem. Höhe 3 Rem. Sagen außerdem Display None. Was heißt, es soll nicht zu sehen sein. Sagen Border-Radius 100 Prozent. Das heißt, wir wollen, dass das Ding rund wird. Sagen standardmäßig bekommt das eine Position Absolute, Top 0 und Left 0. Was heißt, es soll ganz oben in der Ecke sein. Außerdem sagen wir Z-Index 1. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben hier unsere Elemente. Wir haben hier das Bild drin liegen in unserem Diff-Container. Das heißt, wir haben hier unsere Diff-Container-Box und Box 1. Und da drin liegt das Bild. Wir wollen später, wie der Effekt hat, dass dieser runde Kreis hinter unser Bild ist, aber vor unserem Hintergrund. Was heißt, wir haben hier unsere Box 1-Klasse und hier unser Bild. Unser Bild braucht jetzt noch zusätzliche Attribute, nämlich einmal Position Relative. Und neben Position Relative sagen wir Z-Index 5. Das heißt, unser Kreis hat Z-Index 1. Unser Bild hat Z-Index 5. Das heißt, unser Kreis ist hinter unserem Bild. Das Ganze können wir jetzt so abspeichern. Das sollte theoretisch funktionieren. Und wir haben aber immer noch keinerlei Effekte. Und das kommt jetzt mit unserem letzten Schritt. Und zwar JavaScript. Ich mache hier mal ein paar Zeilen, damit wir ein bisschen Spiel haben. So, das will ich nicht speichern. Und zwar geht es jetzt weiter. Und zwar müssen wir als erstes mal ein paar Elemente definieren. Und zwar als erstes definieren wir unsere Boxen. Box ist gleich. Document Punkt und dann QuerySelectorAll. Was heißt, wir wollen ein Array aus Objekten definieren. Und wir sagen alle Objekte mit der Klasse Box. Dann wollen wir noch weiter definieren. Und zwar BoxWrapper. Und BoxWrapper bekommt Document Punkt QuerySelector. Was heißt, wir wollen nicht alle definieren, sondern nur das erste Element, was er findet. Was heißt, wir wissen ja, es ist einfach nur eins. Was heißt, wir sagen Boxes. Das nächste, was wir haben, ist Const und sagen unsere Maus. Was heißt, wir wollen eigentlich nicht unsere Maus in unseren Maus-Container. Ebenfalls QuerySelector. Das soll kein Array werden, sondern ein einzelnes Element. Und sagen hier Maus-Background. So, das Ganze haben wir jetzt abgespeichert und haben damit unsere Elemente, die wir für den Effekt brauchen, in JavaScript definiert. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und zwar sagen wir eine Variable. Die heißt ActiveBox. Die wird standardmäßig gar nicht definiert. Außerdem haben wir eine zweite Variable. Die heißt StartBox. Wird ebenfalls nicht definierend. Und wir haben eine weitere Variable, die heißt DragIsActive. So, das Ganze ist standardmäßig false. Was wir jetzt machen müssen, ist als erstes mal dafür sorgen, dass unsere Maus, wenn wir die hier bewegen, dass die Box theoretisch folgen kann. Das wird der erste Effekt, den wir machen. Und dafür sagen wir Document Punkt. Und sagen Add Event Listener auf unser Document. Und zwar Mouse Move. Was heißt immer, wenn sich unsere Maus bewegt, soll etwas passieren. In unserem Fall sagen wir, wir wollen eine Funktion aufrufen und das Event übergeben. Und das erste, was wir jetzt hier machen, ist, wir rufen unsere Maus auf und sagen Punkt Style Punkt. Ups, das wollte ich nicht. Style Punkt Transform. So, und hier drin machen wir jetzt einige witzige Sachen. Nämlich sagen wir hier Translate. Wir wollen nämlich die Position unseres Mauscontainers immer an unsere Maus anpassen. Und dafür sagen wir hier drin jetzt einfach E, also unser Event Punkt und dann Page X. Und das Ganze können wir so erstmal lassen. Wir müssen jetzt mal kurz als Test hier oben unser Display Non auskommentieren. Und wir geben hier mal kurz eine Background Farbe. Und zwar sage ich jetzt einfach mal Weiß. Speichere das Ganze ab. Und wir haben jetzt hier oben unsere Hintergrund Farbe. Wenn ich hier drin bin, übergeben wir jetzt unser X-Value. Das heißt, ich kann das hier mal kopieren. Schreibe PX hinter Komma. Und dann haben wir dasselbe natürlich mit Y. Und speichere das Ganze mal ab. Und wenn ich jetzt meine Maus bewege, passiert hier noch nicht wirklich was. Was heißt, irgendwas stimmt noch nicht? In unserem Kommentar gucken wir mal. Console.log Event. Und kopieren das mal kurz. Fügen das hier ein. Bewegen unsere Maus. Was heißt, das funktioniert schon mal. Allerdings funktioniert unser Transform Translate noch nicht. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Warum nicht? Weil hier hinten das PX fehlt. So, jetzt funktioniert es. Was heißt, jetzt seht ihr schon, der Kreis folgt meiner Maus. Das ist schon mal gut so. Das soll so sein. Das Problem ist, ihr seht, der ist nicht so richtig zentriert. Der ist so ein bisschen Offset. Und wir wollen das natürlich möglichst variabel halten. Das heißt, wenn wir den Kreis in der Größe verändern sollen, wollen wir nicht noch eine Variable in unserem JavaScript ändern. Das heißt, wir sagen jetzt Minus, Klammer auf, sagen Maus, Maus, Punkt, ClientWidth durch 2. Und dasselbe kopieren wir uns jetzt einfach mal. Zack, gehen hier hinter unser Page Y und sagen natürlich nicht ClientWidth, sondern Punkt, ClientWidth. Height, so, durch 2 und speichern das Ganze ab. Hier fehlt ein Klammer zu. Und in dem Moment, seht ihr, der Kreis ist wunderbar zentriert mitten in meiner Maus. Und wenn ich jetzt hier hingehen würde und sage, ich verändere die Größe, zack, dann wäre das immer noch perfekt zentriert. Und wir könnten jetzt sogar noch hingehen und sagen, beispielsweise, wenn man es schön machen würde, sagt man jetzt Size und sagen 5rem. Weil so müssten wir nicht mal zwei Werte ändern, sondern könnten hier wunderbar hingehen und das direkt hier oben mit einem einzigen Wert in unser Config verändern. Und das würde sich wunderbar anpassen. Das heißt, so wäre eigentlich die richtige Version. Das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Prinzipiell lassen wir das jetzt aber erstmal weg. Was heißt, unser Kreis soll standardmäßig ja nicht zu sehen sein, wie er jetzt auch nicht mehr zu sehen ist. Was heißt, hier haben wir den ersten Teil unseres Effektes fertig gebaut. Was jetzt kommt ist, ja, mehr oder weniger brauchen wir drei Funktionen, beziehungsweise zwei Funktionen. Nämlich einmal brauchen wir eine Function, die heißt mouse down onBox. So, die bekommt ein Event von uns. Und wenn etwas passiert, soll das jetzt erstmal einfach nur den Namen loggen, damit wir sehen können, dass unsere Events korrekt funktionieren. So, das nächste, was wir brauchen, ist eine weitere Funktion. Diese heißt, ähm, ups, mouse up onBox. Und da loggen wir auch einfach nur den Namen erstmal. Und das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen noch einen neuen Event-Listener. Document.addEventListener. Allerdings nicht auf unser Document, sondern auf unser Body. Und zwar sagen wir hier, soll ein Event, ja, getriggert werden, wenn wir ein mouse up Event registrieren, irgendwo auf der Seite. Dann wollen wir einfach eine Function starten. Und diese Function soll uns ebenfalls etwas loggen. Und zwar aber einfach nur mouse up. Und dann brauchen wir zusätzlich noch jede Menge Event-Listener, die wir hier unten erstmal definieren müssen. Und zwar Boxes.forEach. Das heißt, wir gehen für jede Box einmal durch. Wir haben ein Array von Boxen. Das heißt, wir wollen natürlich nicht standardmäßig bei einer Box bleiben. Und fügen hier jetzt zwei Event-Listener hinzu, nämlich addEventListener. Einmal wollen wir hier hinzufügen bei einer Maus up. Das heißt, wenn wir das Ganze, unsere Maus loslassen, soll eine Funktion getriggert werden. Und zwar unsere Maus on Zack Funktion. Und das nächste, was wir haben, ist natürlich das Ganze bei Maus down. Maus, ups. Maus down. Und dann wollen wir unsere Funktion hier oben triggern. Und das hier oben brauchen wir nicht. Das können wir löschen. Das heißt, wir haben jetzt alle Funktionen, die wir brauchen, für uns gebaut. Wir speichern das Ganze jetzt mal ab. Und wenn ich jetzt unsere Konsole mal öffne und die loslöse von unserem eigentlichen Programm, dann können wir das Ganze hier mal öffnen. Und wir löschen hier oben erstmal schnell unser Konsolen-Lock raus, weil sonst wiederholt sich das endlos. Das wäre ja nicht so schön. Und jetzt bin ich hier drin. Ich drücke jetzt die Maus runter. Ihr seht schon, Maus down on Box funktioniert. Und ich lasse jetzt hier los, beziehungsweise hier los. Und ihr seht, Maus up on Box hat funktioniert. Hier Maus down on Box, Maus up on Box. Und Maus up allgemein triggert halt immer, egal wo ich die Maus loslasse. Das Ganze ist schon mal nicht schlecht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier die Maus runter drücke und mitziehe und loslasse, funktioniert es nicht. Das liegt daran, weil ihr seht, ich ziehe so ein Bild mit. Und das wollen wir nicht. Das ist nämlich ein Standard-Effekt, der quasi bei so einem Art Drag & Drop gestartet wird, wenn wir Maus down machen. Das Ganze wollen wir preventen. Was heißt, wir sagen E, also Event. Und dann Prevent Default. Was heißt, wir wollen die Standard-Funktion des Browsers deaktivieren. Und das Ganze machen wir nicht nur hier, sondern das machen wir auch hier unten. Und das machen wir auch in unserer Event-Funktion hier. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt speichere und ich die Maus runter drücke, seht ihr, ich habe jetzt kein Bild mehr. Und das bedeutet, dass wenn ich das Ganze hier mal neu lade, dann habe ich hier wunderbar, ups, warum haben wir hier kein E? Aber wir übergeben es nicht. Das ist natürlich nicht gut. So ist richtig. Ich lasse jetzt, drücke rund. Ihr seht, Maus down hat funktioniert. Und Maus up on Box hat ebenfalls funktioniert. Und Maus up allgemein hat auch getriggert. Das heißt, das Ganze funktioniert wunderbar. Das nächste, was wir machen, wir haben hier oben Zustände. Drag ist active und das sollten wir hier, wenn wir Maus runter drücken, erstmal auf True setzen. Was heißt, das Ganze ist hier jetzt aktiv. Dann natürlich das Ganze negieren. Hier und hier. Was heißt, wir wollen, wenn wir die Maus wieder loslassen, unser Drag Event auf False setzen, sodass das nicht mehr getrackt wird. Außerdem, was wir machen wollen, ist, wir haben hier oben unsere Maus-Funktion. Die wollen wir nicht permanent triggern, weil das wäre sinnlose Performance-Verbrauch. Auch wenn es jetzt nicht sonderlich viel ist. Also theoretisch dürfte das niemals Probleme machen. Wir wollen das wirklich nur triggern, wenn das Ganze True ist. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier beispielsweise logge, test, so und starte unsere Konsole und ich drücke hier, bewege meine Maus, es passiert gar nichts. Wenn ich hier aber runter mache und meine Maus bewege, seht ihr, das Test jetzt wunderbar mit skaliert in tausender Stellen. Und weil ich loslasse, bewegt es sich wieder nicht mehr mit. Das heißt, unsere Konsole bzw. unser Event-Trigger hier oben funktioniert wunderbar. Natürlich haben wir jetzt hier unsere einzelnen Elemente. Die wollen wir jetzt irgendwie auch verbinden und wir wollen vor allem unseren Kreis erschaffen. Dafür machen wir hier als erstes, sagen wir, okay, wir haben hier unser Maus-Objekt und sagen hier Style.Display gleich und sagen, bock, das Ganze soll sichtbar sein. Natürlich müssen wir das jetzt wieder negieren, das heißt, hier unten und hier müssen wir das Ganze jetzt mit Display-Non negieren. Zack, zack, speichern das Ganze ab. Und in dem Moment wäre unser Kreis jetzt sichtbar, wir sehen aber noch nichts. Und zwar liegt das daran, weil wir ja keine Hintergrundfarbe vergeben und das wollen wir halt auch möglichst dynamisch machen. Das heißt, wir sagen Style, Background, Color und sagen hier Window Punkt und dann wollen wir immer den Computed Style haben. Das heißt, get Computed Style von dem Objekt E Punkt Pass 1. Und warum ich das mache, erkläre ich gleich. Und sage Null und sage hier hinter, wir wollen jetzt get Property Value und zwar von Background minus Color. Was heißt, wir wollen unseren CSS-Code haben. Und warum ich hier den E Punkt Pass verwende, ist ziemlich einfach. Und zwar sage ich jetzt einfach mal Konsole, um das zu demonstrieren und übergebe einfach nur unser Event, damit wir das mal loggen können. In unserer Konsole, wenn ich jetzt auf so eine Box drücke, seht ihr, okay, wir haben ein Event bekommen und zwar ein Maus-Event und hier haben wir jede Menge Attribute, unter anderem halt auch den Pass. Was heißt, wenn wir hier das Target angucken, sehen wir, das ist unser Bild. Wir haben nicht auf unsere Box geklickt, sondern auf das Bild in der Box. Und im Pass ist quasi hier das Bild auf der ersten Ebene und Pass 1, also der zweite Wert in dem Array des Pass, ist unsere Box, die wir eigentlich ansprechen wollen. Und deswegen gehe ich hier auf E Punkt Pass, weil wir davon ja die Hintergrundfarbe grabben wollen und nicht von unserem Bild. Wenn ich das Ganze jetzt speichere und das hier rauslösche und hier reingehe, seht ihr schon, unser Kreis ist da, hat hier wunderbar das Bild, funktioniert also ganz, ganz gut eigentlich. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben ist, ihr seht schon, der wird nicht so richtig gesetzt. Das heißt, in dem Moment, wenn wir den hier aktivieren, wird der kurz eingeblendet, aber nicht direkt dort, wo wir ihn haben wollen. Und das sollten wir eventuell kurz ändern. Da muss ich kurz überlegen, wie wir das machen. Und zwar, wenn das aktiv ist, passt das. Aber wir wollen das Block Event besser hier oben drin setzen, sofern es aktiv ist, damit das getriggert wird, wenn es sich auch wirklich bewegt. Und jetzt haben wir nämlich den Effekt, was wir hier haben wollen. Und zwar der Kreis erscheint nur da, wo er wirklich erscheint und immer in der Farbe von der Box, die wir bewegen. Und wenn ich jetzt hier seht, hier durchbewege, bewege ich das jetzt hinter das Bild. Das kann man natürlich wunderbar umgehen. Ihr könnt hier einfach den Z-Index, den wir vorhin dem Bild hinzugefügt haben, entfernen. Dann hättet ihr eins zu eins denselben Effekt, dass der Kreis auch über das Bild rüber geht. Ich persönlich finde das aber ein witziger Effekt, weil es so unerwartet kommt, dass man mit dem Kreis dahinter geht. Und wenn ich loslasse, passiert allerdings immer noch nicht wirklich was. Das heißt, wir haben hier unsere Mouse-Up-Funktion, die später eigentlich unser Event-Trigger sein soll. Und das müssen wir jetzt noch hinzuaddieren. Und zwar sagen wir jetzt, okay, wir wollen jetzt hier eine Konsolen-Log ausgeben lassen. Ich lösche mal kurz unsere restlichen Konsolen-Logs raus, dass wir hier nicht unnötig uns den, die Konsole vollhauen und sage jetzt hier, okay, das Erste, was wir haben, ist Geld von einem Wert zu einem anderen Wert, keine Ahnung, schicken. So, jetzt können wir natürlich hingehen und wir haben jetzt hier unser Wert, also unser Target, da sagen wir einfach Punkt, Pass, Klammer auf, sagen 1 und hier haben wir jetzt mehr oder weniger einfach unser Value, wir sagen jetzt, ups, Punkt, Dataset, sagen hier ID, das heißt, wir gehen einfach auf unsere ID ein. Das andere, was uns aber fehlt, ist, wir kennen unser Start noch gar nicht. Und das ist das Nächste, was wir machen müssen. Wir haben hier oben definiert Startbox und in unserer Mouse-Down-Funktion, zack, sagen wir Startbox gleich E Punkt, Pass, Klammer auf, 1 und definieren das als unser Startpunkt. Und ich weiß gar nicht, warum ich die Variable hier drin habe, die brauchen wir gar nicht. Die laschen wir einfach mal raus und sagen jetzt hier, okay, unsere Startbox setzen wir hier unten als unser Start, Dataset ID greifen, also auf die ID zu, speichern das Ganze ab, öffne nochmal unsere Konsole und jetzt kann ich hier reinklicken, das Ganze bewegen. Ich gehe jetzt auf Box 2, lasse los und wir sehen hier, Box 1 zu 3 schicken. Okay, irgendwas funktioniert hier noch nicht richtig. Das heißt, wir haben immer 3 drin. Habe ich das hier nicht geändert? Ja, hier haben wir natürlich als ID keine 3 drin. Das erklärt, warum wir hier die falschen Ausgaben bekommen. Wir lassen es los. 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 2 und so weiter. Das heißt, es funktioniert wunderbar. Ihr seht auch, es ist nicht wirklich performance-technisch ein Problem. Was heißt, diesen Effekt zu berechnen, dass das verfolgt oder so, dürfte selbst auf sehr schlechten Geräten überhaupt kein Problem sein. Und ihr könnt das natürlich beliebig skalieren. Ich finde das ziemlich cool. Ihr könntet jetzt natürlich hier drin im besten Fall nicht einen Console-Log starten, sondern das Ganze, also eine erweiterte Funktion triggern, wo dann im Prinzip ein Formular aufgeht oder wo ihr irgendeine weitere Handlung vornimmt. Ich finde das, wie gesagt, einen ziemlich coolen Event-Trigger, wenn man irgendwas verschieben will, was dann im Nachhinein ein paar mehr Informationen braucht. Und schreibt auch mal in die Videokommentare, wo ihr einen Verwendungszweck für sowas sehen könntet. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, dann schreibt das doch einfach in die Videokommentare oder schreibt mir auf Discord, Facebook, Instagram oder so weiter. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Amazon-Affiliate-Links oder andere Affiliate-Plattformen, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.